Hallo und ein ganz herzliches Quark Quark zur 52. ZUSI 3 Folge. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1994 und vor uns steht Sandwich Garnitur Baureihe 111 mit insgesamt 10 Dosto der Bauart 750 und 755. Also DWZ noch mit Mintgrün und hier unsere beiden Elfer natürlich auch in Kieselgrau Orange. So, dann würde ich sagen, fahren wir hier gleich mal los. Wir befahren jetzt hier das neue Streckenmodul vom Team Süd zwischen Herbertshofen und Westendorf jetzt hier. Das ist der Abschnitt neu. Hier ist schon mal die Haltepunkttafel für Westendorf. Wir sind ein Eilzug und haben die Zugnummer 39 und 59 und halten eigentlich nur in Weitingen jetzt in dieser Folge und fahren dann bis zum Streckenende hinter Gersthofen dann durch. Unsere 111 hat keine LCP, aber das macht ja nichts. Für die eine Station dachte ich mir, ja, können wir uns auch das FIS sparen. Nochmal die eine Stationsansage selber. So, da hinten durchfahren wir gleich Westendorf. Als ich da das erste Mal mit der Regionalbahn langgefahren bin, erst mal komplett versenkt, ja. Irgendwie auch nicht wahrgenommen, naja. Sehr schön gemacht hier. Wir fahren dann auch mal in der Regionalbahn, wo wir das Ganze mal dann ein bisschen langsamer und ausführlicher bestaunen werden. Aber ich dachte mir, die 10 Dosto jetzt hier sind für den Anfang auch gar nicht so ungeeignet. Richtung Augsburg natürlich die runden Vorsignalschirme, ja. Da hinten schon SK2, genau. Nicht KS2. Nächster Halt, Meitingen, Ausstieg in Fahrt, Richtung rechts. Das Einfahrsignal für Meitingen. Könnt ihr auch schon mal gut runter bremsen. Das war jetzt ein bisschen sehr langsam. Aber, äh, ja. 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 Meine Fresse, wieder sehr gut gefahren hier. Boah, Schalter, ja, das kann nicht ab. Sehr gut. Joa, das passt hier. Weil die Sache ist die, warum man hier so weit vorfahren muss, wenn wir jetzt mal hintergucken. Ja. Das heißt, hält man zu spät an, versenkt man die erste Tür. Wenn man zu früh anhält, dann entsprechend die letzte Tür. Ja. Mal klappt's gut, mal klappt's besser. Ja. Aber passt schon. Ja. Es gibt noch einen anderen Fahrplan. Ich glaube, da sind es nur 9 oder 8 Dosto. Naja. Äh, achso. Okay. Ja, dann hat der ein bisschen Verspätung. Ja, eigentlich müsste der schon... ...früher da sein. Der Nahverkehrszug. Also, der hat sich ja ein bisschen verfahren, wenn der nach alten Wegen fährt. Gut. Und bei der letzten Folge, das war ganz lustig. Ja, ich weiß nicht, ob es so lustig ist. Äh, da haben halt mit Audacity die Stimme aufgenommen. Und danach, äh, komm ich am Abend wieder, ja. Und seh mir das Ganze an. Und schau... Oh, äh. Die Aufnahme läuft ja noch. Da war ich bei 17 Stunden oder so. Naja, passiert. Aber... ...war natürlich nix drauf. War ja keiner da. Ist ja nicht wirklich spurtstark jetzt hier, das Ganze. Aber, äh. Aber sehr schöner Bahnhof jetzt hier auch. Und... ...guter Abstellgleis. Das war... Äh, klar. Das Team Süd, das leistet hier natürlich wieder immer... ...äh, top Arbeit, ja. Da kann man wirklich nix sagen. Wir sind dann auch ziemlich schnell jetzt dann wieder in Herbertshofen. Aber da wir ja in Eilzug sind, halt nicht. Genau, das war damals das... Äh... Wie heißt's? Streckenende, ja. Und wenn man jetzt hier losgefahren ist, dann ist man hier immer am Bahnsteig hier in Herbertshofen und Lisbon, sag ich mal. Das war dann auf Gleispunkt, ja. Genau, Streckenende, ja. In die andere Richtung natürlich die Hauptsignalschirme als Vorsignal. Das sind jetzt hier wieder kaputt. Jetzt dachte ich, haben wir schön grüne Welle, können wir nach Gersthofen rüberheizen. Wieder so ne Scheiße hier. ZS-1. Dann für die Flatter. Ja, geht schon. Ja, geht schon. Let's see. jetzt ist der S1 F200 das ist ja ein Blocksignal das heißt wir fahren jetzt hier bis zur letzten letzten war ich im Fahrweg bis zum Gänzeichen Zugschluss wir haben eine ganz gute Zuglänge von 302 Metern also die Bremse ist da natürlich dementsprechend träge das ist klar hier LF7 die Kanzler hat 20 das gibt es hier auch nur auf der Strecke sonst geht das ja bis zu 160 und ja den Rest mache dann die LZB da gibt es ein sehr interessantes Video von Gustav Richard genau auf YouTube wenn ich dran denke dann setze ich da einen Link in die Beschreibung ich schreibe es mir schnell auf sonst vergesse ich das mal gut Gänzeichen 16.3 16.0 passt da hat er die Geschichte ganz schön erklärt und die hatten ja da mal vor wirklich Signal geführt also ohne LZB da 200 zu fahren mit irgendwelchen blinkenden grünen Lichtern quasi 2000 Meter Vorschau ach alles ja dann haben sie ja doch die LZB eingebaut ja aber ist immer noch eine Besonderheit ja finde ich ja auch sehr schön dass man hier die Strecke noch ein bisschen in Erinnerung behält weil da kommen ja jetzt bald die ersten KS-Signale hin ist ja schade eigentlich aber was soll man machen ja da kann man nichts machen man eigentlich stehen lassen ja so dann sind wir lang bald Lech mit 140 ist unsere Höchstgeschwindigkeit von dem DWZ ja damals ja noch in Windgrün ja sehr schön heute sind sie ja im Verkehrswut und fahren fahren die dann für die Nahe SH ich glaube im Norden helfen die irgendwie so ein bisschen aus und ja halt in München hier direkt zum West also München Nürnberg über Ingolstadt Eichstätt Kreuchtlingen weil da fährt ja jetzt auch ziemlich oft der Twin Lakes ne die Reservegarnitur am Schnaubbahnhof die ist auch noch mit hier da sieht man den Nordgleis 26 Einfachsignal Gablingen natürlich auch die Mastschilder weiß nicht ob ihr darauf geachtet habt ja achso falls sich jetzt hier einer wundert wieso das jetzt hier die 52 Folge ist und ob ich nicht zählen kann weil nach der 50 kommt da die 51 ja das ist mir auch bin klar ähm allerdings wollte ich jetzt hier dieses Streckenmodul das andere Video die 51 Folge die hatte ich jetzt schon aufgenommen und alles und alles schon dafür erstellt und da äh das bleibt so das bleibt die 51 kommt halt ein bisschen später das fällt keinem auf ich wollte jetzt hier in die Strecke mal zeigen ja da das an dem Video ist aber ein bisschen Zeit zeige ich mal ich weiß nicht sind wir hier eigentlich schon mal Güterzug gefahren da war es zuerst nebliges Wetter und da habe ich gesagt ne wirklich nicht das muss nicht sein das hatten wir letztes Mal schon äh dieses nebliges Wetter dachte ich nee ab und zu ja aber man sieht halt dann nichts von der Landschaft ne das ist dann auch wenn man jetzt gerade so eine neue Strecke vorstellt äh oder befährt da muss es ja nicht unbedingt neblig sein klar normalerweise kann man es sich ja nicht aussuchen aber ja mit 151 151 Bremshundestel sind wir eigentlich auch gar nicht so schlecht dabei klar geht besser weil ich glaube das sind äh das müssten eigentlich noch ein bisschen mehr sein ne weil ich da ist jetzt eigentlich nicht die E-Bremse ja plus E 160 und was da auch immer dran steht ja weiß jetzt nicht ob das ja alles ich glaube da ist nur die Druckluftbremse angerechnet und sonst gar nichts so Gersthofen das ist eigentlich bekannt ja ist nicht so viel dazu zu sagen da hinten schon ein SK2 erst ist halt viel vom ja Vorläufer von den KS-Signalen ja so Streckenende dann jetzt dann nach Augsburg-Oberhausen ja ich würde sagen damit danke ich mich fürs Zusehen würde mich auch dann wieder freuen wenn sie das nächste Mal hier wieder einschalten so geht sich aus wunderbar war recht interessant dann bis zum nächsten Mal naja die Auswertung bei uns noch gemeinsam das ist mir auch schon mal passiert ne ganze Fahrt wunderbar und dann hier das letzte Signal Womps über das Signal gefahren äh äh ja wunderbar 88,9% ja passt 11% Abzug gegen Vmax Überschreitung hier das geht ja gar nicht hier so ein bisschen ja ansonsten ist halt keine große Sache hier abbremsen Gas geben und hier ZS1 auch korrekt abgehandelt ja gut war jetzt auch nicht so schwer ja wunderbar dann vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal auf wieder Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal